So hallo bei einer neuen Folge und wir haben uns glaube ich endlich gefunden dahin, da läuft der Mike, ja, voll bepackt mit seinem fetten Gewehr. Es ist, ich finde diese Animation total cool hier. Hi! Äh, nee, war das. Wie ging das? Nee, so auch nicht. Ich hab's gefunden, jawohl! Ja, pass auf, du hast sein Gewehr übrigens gerade auf den Boden gelegt, nicht dass du das liegen lässt, aus Versehen. Oh. Achso, ja, nein, das ist mal nichts. Hier, das ist für dich. Die Schutte, die Schutte. Die Schutte. Oh, hier liegen jetzt auf einmal zwei Schutte finden rum. Echt? Wie geil. Sack, wie sehr heiß. Ja, wohl, sechs Schuss in der Schutte, da habe ich jetzt Zeit. Hm. Na gut. Ich hab das, 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 das. Ja, hast du jetzt ein Magnum? Revolver, oder? Nee, 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 die ist weg. Die war ja, wie gesagt, auf einmal einfach weg. Ähm, brauchst du ein Weapon-Cleaning-Kit? Äh, nein, nein, nee, brauch ich nicht. Hier liegt noch eine Rifle rum, die ist von dir noch, ne? Die ist von mir, ja. Nee, die Rifle habe ich eigentlich auf dem Brücken. Ja, aber mit, zeigt's dir an, dass die hier rumliegt, mit sechs Schuss im Magazin? Achso? Ah, warte mal kurz. Vielleicht kann ich dir auch noch zusätzlich einpacken. Kannst du mir mal die, die, nee, das ist ja auch nur mein, das ist ja mein, mein Speedload, oder ist das? Den habe ich, den dachte ich, weil du die Magnum, und da dachte ich, hier auch schenke ich dir. Erkannst du mir die? Hier hinten liegt noch eine Knache auf einmal. Ja, die ist auch von mir, die habe ich gefunden vorhin. Aber hab auch keine Muni dafür. Erkannst du mir die Pistolenmanition geben, äh, das Gewärmmunition, was du gefunden hast? Ja, warte, äh. Vielleicht passt die an mein Gewehr rein? Ja, das... Nein, das passt nicht. Passt nicht? Nee, die... Die Rifle, die liegt ja halt immer noch rum. Aber schnitt die mal, schpackt. Sagt die jetzt einfach mal ein, danke. Uh, da wollten wir doch mal fix was zu trinken, oder? Ach nee, wir wollten ja zurück zum, zum... Na. Zum Kanister gehen. Genau, genau. Das müssen wir jetzt noch kurz erklären, weil die Leute wissen das ja gar nicht. Also, wir haben... Also, der Maik, der hat ein Auto gefunden, was wahrscheinlich noch ging, bloß kein Sprit drinne war. Aber er hat auch zwischendurch ein Kanister gefunden. Ja, den Kanister wollen wir jetzt, äh, aufheben und zum Auto bringen und gucken, gleich klappt das ja. Hast du hier alles schon durchsucht eigentlich? Die Häuser und so? Ja, hier war es schon, ja. Und dann wollen wir sehen, ob das Auto vielleicht noch fährt. Wenn's denn noch da ist. Ja, cool. Ultra, ultra nice fliegt das. Hörflich, finde ich den gar nicht so jetzt wieder. Ich weiß gar nicht mal, in welchen Baum ich den gelegt habe. Vielleicht ist er auch weg. Du kannst jetzt auch schießen, oder? Ich kann schießen, ja. Ich hab jetzt sechs, sechs, äh, Kugel. Hä? Okay, ich hab die, ich hab die Rifle auch auf einmal. Was? Ich hab die Rifle auf einmal auch. Mein Gewehr, ja. Ja, mein, mein Gewehr ist grad weg. Ich hab das gerade gewonnen. Hä, dann komm mal mit auf die Straße. Ja, die Rifle, die war auf einmal plötzlich in meinem, in meinem Inventar drin. Lol. Das ist bei mir auch die auf einmal weg. Hast du noch, äh, Makarov-Munition gehabt? Zufällig? Nee. Äh, jetzt hab ich das Rifle aber getroppt, aber es taucht nicht auf. Ja, ich hab's eingesteckt. Ach so, gut. Äh, Makarov, also diese, äh, 3,57er? Nee, die, äh, 3,0, äh, 0, 3,80er war das. Nee, ich hab, ich hab nur noch, äh, die, 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 3,57er. Ja, und das, das zu trinken, hast du das noch? Hast du noch was zu trinken? Ja, ich hab nur noch die eine Dose. Kannst du mir die bitte geben, weil ich bin schon rot, also, ja, doch, ist schon so dumm. Ja, ja, müsste, müsste, da, da, da liegste. Ah, sehr gut, Trasputin. Das trink ich doch, klar. Mann, Bieschen zwischendurch, ne? Immer. Könnte ich denn rein theoretisch auch meine, meine, äh, meine Kanne im Ambar, ähm, mehr auffüllen? Hm, vielleicht schon, aber ich denk mal, dass es nicht so gut wäre, weil das ist als Wasser. Naja, aber ich hab ja die Water Purification Tabletten. Ach so, ja, das wäre natürlich eine gute Möglichkeit. Also rein theoretisch müsste das dann ja gehen. So, perfekt mit der Steine. Nee, ich hab... Nee, 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 es scheint nicht zu gehen. Oh, schau dir. Weil das wäre optimal gewesen. Ja, da müssen wir uns mal beeilen und weiterkommen. Ich bin auch schon ein paar mal an, an, ein paar kleine Flüssen und Bächen vorbeigelaufen. Und da denke ich mal, können wir vielleicht auffüllen. Ne, meistens sind so ein Sumpfgebiet am Strand. Geht das meistens ganz gut. Ja, genau, aber das, das können wir nötig sein. Das war mir da, da hab ich das nämlich vor und gerade gemacht gehabt. Ja, sag geil. Ey, jetzt freu ich mich schon. So macht das Spiel eigentlich mal richtig Spaß. Ja, auf jeden Fall. So ist es, der Server ist zwar echt verdammt leer. Ja, sagt es nicht, ob ich wenig Spieler, aber es ist trotzdem schon. Also hier sind auf jeden Fall schon Spieler durchgekommen, auf jeden Fall. Weil, ich hab schon... Oh, hier ist ein Boot. Bei dem Boot hab ich auch kurz den Kanister gefunden. Alter, ihr legt so viel Zeug an dem Boot. Schuhe, brauche ich. Gibt's viele Samen. Out to hunt. Hunting Spring Jacket. Ja, das ist so ne Jacket wie ich schon hab, so ungefähr. Ist ja bestimmt schon mal besser als die, die... die ich jetzt habe. Achso, die ist damaged, äh, dann lieber nicht. In der Haufen Samen. Hunting Spring Jacket. Das ist so neil. Ganz viele Jacken, ne, gut. Mhm. Wo bist du jetzt auf jeden Fall? Äh, da, ich bin schon... Stückchen die... Ich hab' nachgebracht, du bist weg. Nee. Lol. Läuft. Okay, guck mal, was wird mal her, wo die, sind kleinen Brunnen oder sowas. Das wär. Ich lass' so nice. Guck mal, die große, ne? Guck mal, die große, ne? Ein Brunnen wär echt verdammt geil. Ja, weil das... Ich hab echt Angst. Hier in den Zugwaggons liebt die übrigens auch immer mal was ganz Nettes drin. Da hab ich schon ganz oft Waffen drin gefunden. Ach so? Ah. Hm, guck ich doch mal fix. Da gibt's noch was zum Anziehen drin. Wirst, die ist immer noch ein bisschen... Okay. Da gibt's grad noch was. Guck mal fix in diese Baracken. Ja, in diesen... sind Lagerhallen. Ich erzähl ja auch was, interessant. Da hier. Kugelschreiber. Desinfektionsalcohol oder schlecht? Ja. Kugelschreiber. Ja. Kugelschreiber kann den auch nicht entscheiden, oder? Wenn ein Blattpapier was? Ja, was bringt das denn? Naja, kann's irgendwie machen, oder... was sagen, oder sowas. Ich hab mir so ein Video gesehen, da hat jemand immer eine Nachricht geschrieben, hat die erste Mitte von der Straße gelegt und dann, wo die Spieler das gelesen haben, da hat auch drauf geschrieben, Boom Hedger und dann hat er sich immer allledigt. Ja, das ist natürlich geil. Ja, ne, was ich zeige, das ist bisschen gemein. Oh, hier drin ist auch was Schönes. Könnte was zu trinken sein. Ich bin in dem Haus. Ne, tactical bacon. Ich hab eine P1 Pistole gefunden. Samen. Ich hab Müslis. All cereals. Noch eine P1, also zwei Pistolen rum. Also, falls du eine brauchst. Wo bist du denn gerade? Ich bin... Ah, da. Auf dem Herdwörter drin, da liegt die Pistole. Da drüben. So. Ja, genau. TP1. Ja, ich hab schon eine Knarre und dafür keine Munition. So. Ich hab gerade noch Platz. Was hab ich denn hier? So, da guck ich mal weiter. Ich hab auch noch was zu essen, falls du das brauchst. Stimmt, die... Hier liegen noch zwei Maka raufs rum. Ne, die Szene, die ist von mir, die hab ich da gebucht. Das sind aber zwei. Ja. Scheinstes ja, wir sind Multiplikator. So, ich hab jetzt ein Basegapal. Ah, ist mir wärs echt lieb, wenn du irgendwie mal einen Brun finden würd. Nein, 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 nichts Essen. Ja, das mit dem Brunnen ist immer so schwer, weil... Ich hab das... Ja, die gibt's eigentlich hier auch. Aber ich find die immer nicht, weil ich echt nicht weiß, wo die sind. Ja, die sind mal hier mal da. So ein Lagerhaus. Vielleicht gibt's hier was zu trinken. Ich hab auch ne Machete gefunden. Aber ich war halt lieber mal der Axt. Ja, die Axt ist, ist wohl, äh, die beste Nahkampfer, für die es wohl gibt. Ja. Die feier fette Axt. Hier ist noch ein Rucksack. Wo denn? Wo bist du gefordert? Ähm, ich bin weiter hinten. Ach, und hier ist noch was zu essen. Ich bin, ähm, ein Stück weiter nach oben. Über die Bahngleise drüber. Wo bist du denn? Ich hab noch, äh, Trockenmilch gefunden. Das stimmt, die hab ich auch, und die kann man auch essen noch, ne? Kann man essen, ja. Kannst du wahrscheinlich jetzt auch mit Wasser anrühren und dann zu dem Wiesli reichen. Oh, so richtig luxuriöses Essen in der Apokalypse. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Oh, da hinten könnte. Ah, hier sind Brunnen. Wo, 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 wo. Wo, wo, wo. Äh, der Brunnen. Der Brunnen. Der Brunnen, der Brunnen. Der Brunnen, der Brunnen, der Brunnen. Ist auch über die Bahngleise drüber. So. Okay, war es weiter hinten. Ja, genau, weiter hinten. Da sehe ich so Elektrowerk. Ach, da, ja, da bist du ja. Ja, da bin ich, genau. Wenn man mein, also ich hab Korb versucht meine, mein Wiesli mit Wasser zu nutzen. Aus geht nicht. Endlich was zu trinken. Da kann man jetzt auch gleich fully rated und alles machen. Ja, auf jeden Fall. Ai, das ist doch mal richtig nice. Aber mir gefällt deine Maske. Ja, die ist ziemlich geil, die hab ich sogar jetzt schon öfters mal gefunden. Ich muss so, so richtig terrormäßig aus, irgendwie. Also richtig, wie bei, wie Ghost aus CBD. Wie kann ich denn meine Waffe jetzt wieder weglegen? Ach so, okay. Kannst du hier unten in die Leiste reinziehen, doch? Genau, man kann nur dringen, wenn man nichts in der Hand hat, habe ich gerade gemerkt. Ja, das ist gut möglich. Weißt du mal, wie ein Gebrechen hast du sowieso? Ich hab ein bisschen medizinisches Zeug gesammelt. Oh, das ist gut. Was? Das? Das? Das ist auch praktisch. Ohja. Ja. Ich finde das schon, wenn du jetzt mal von… 5 jetzt sind da war es denn es ist schon wirklich recht viel passiert das war es noch es geht ich meine ich hab das hat von mir als ich das erste mal gespielt und dafür dass es immerhin schon ein Jahr ist hier ist es eigentlich nicht so viel passiert finde ich für ich will nicht ich glaube ich ich will da ist und wenn es jetzt immer sich so gefällt er hat ein schönes jetzt bin ich zufrieden die sich rechts spieler gespürt und weil dies ausgegeben jetzt mal meine ganzen das ist was für diesen Krispies abhaben oder ich muss sogar sagen Essen hab ich glaube ich noch da den Reis hab ich noch da nee Essen hab ich noch genug dann ich würde jetzt erstmal ein Verleihung noch zwei Dosen Bohnen einmal Speck einmal was ist das sind die Sonne aus dem Milch geputerte Milch hab ich auch zweimal Milch hast du auch, sehr gut das sagst du jetzt hab sie das Milch wie einfach so gegessen ohne Milch ja gut hier ist noch ein Fleischhammer und eine ein Metzgerbein und noch eine Büchse essen das kann ich da gleich noch mitnehmen kann man, achso ich schweigt, kann das auch noch richtig hell werden das ist ne, wenn das so dunkel ist, das ist glaube schon am höchsten nur bei mir ist das noch einen kleinen Ticken heller gewonnen habe ich glaube ich das Gefühl hm, das wär, hm, gut möglich hab ich denn überhaupt noch was zum Aufmachen von Dosen? ja die Maräte ich hab meinen Fleischhauer, aber ich hab mir den Fleischhauer bei genommen, das geht auch ganz gut es ist jetzt auch mal eine ganze Dose Bohnen, wenn ich gerade mal was da habe so ich bin, dass es doch wird ich bin voll voll gefordert du du ich bin ausdacht wenn wir damit gehen, weiter den Weg ist schweig ja auf jeden Fall auf geht's es ist eigentlich besser, wenn man mit ner Waffe in der Hand läuft, oder es ist rein von der Wirkung her das weiß ich echt nicht ich glaub bei der Tankstelle habe ich irgendwie den Kanister das hab ich fast gedacht, dass er irgendwo dort sein wird ja ich bist immer nie wie das auf andere Spieler hört wenn du jetzt die Waffe geschultert hast ja wesentlich unbedrohlicher als wenn man die in der Hand hält, aber ich denke ich mal viele Spieler, die dann nur blöffen mit ihren Waffen, die sie gefunden haben ja gut, ich mein, es kann auch sein, dass ich jetzt mit ner Waffe draußen rum rumlaufe damit andere Spieler vor mir Angst haben aber ich gar keine Munition dafür hab genau, es ist dann blöd, wenn dann der Blöff schief geht und der andere in der Waffe halten mit Munition du stehst dann da und scheißblöde ja ach, praktisch halt davon nimmt hier ist irgendwo das Boot und dann müsste da vorne auch und dann kann das liegen wo bist du gerade? so an der Tankstelle also wo habe ich das? Ne, ne, weiter hinten weiter, weiter, weiter weiter, weiter da vorne, ne, 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 kein Boot du bist da so stehen hier? das ist mein Charakter na, eigentlich normal noch ja, ich denke, es ist ja, ja, da liegt doch doch da, schön zack ja, da hast du in der Hand die die ja, da hat man einfach du in der 1 das 4 3 4 4 nicht mal her ja nicht so vor Kilometer um die Zielsorgung und es ist so gut ob es geht und es wird spannend ihr wisst es aber ich kann ja es ist alles werden es gibt nicht nur der Schrotflinte drauf schießen und wir werden alle tot ja das weiß ich nicht nein mach das nicht aber würde da was passieren wenn es jetzt auf den auf die Zappanlage schießen ich könnte mir das sogar ich vorstellen das mal probieren ich hab jetzt ja warte warte ich nur noch fix auffüllen weil ich hab jetzt gerade nur immer noch 19% gehabt warte ich geh mal hier auf ach so da Gasolin ist voll aber ich glaube es ist sogar fast sinnvoller wenn du drauf schießt weil mit der Schrotflinte kann ich dann nicht so weit weg gehen und drauf schießen kommt ihr Karten fuck da kommt ein LKW fuck fuck da kommt ein LKW hallo Mike du bist gleich tot we are friendly e and you ok hallo seid ihr deutsch oder englisch oder hello das sind drei Leute hallo hallo eh do you speak german or do you speak english or or eh keine Ahnung or I'm scary ok good I I can't I can't speak english sorry I can't speak english ok ok wait a moment wait a moment wait a moment hallo hallo yes 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 my friend and yeah I can't you can hear me Alexi can you text him I don't know how to text I don't know how to text I don't know how to text you have to press shift shift umschalte gedrückt draufdrücken das ist bei mir direkte kommunikation nein nicht das untere shift sondern das oben drüber da dieses die umschaltetaste da geht das bei mir Sir use to write hello hey my friend have problems with this microphone oh I can hear you I I can you talk louder yeah for sure yeah also ich kann ich weiß ja wo meine schreibentaste ist sag ihm das bitte sound like my is the way can you hear me yeah I hear you can you hear me really uh you what fuck multiplayer talk chat by this me ooh okay now it's better yeah we found a 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 Warte mal Ein LKW Better Achso, German Ach, ihr seid auch Deutsch Na gut, dass wir das jetzt mal hinbekommen haben Ihr seid so leise, man hört euch nicht Hört ihr mich jetzt, eh? Zufällig? Hallo? Ah, Mist, meine Warte mal, stimme um dein Mikrofon Also ich hab bei mir eigentlich alles so laut eingestellt, wie es geht Hallo? Hört ihr mich? Jetzt, eh? Okay, das ist mir auch noch nicht passiert, dass sich die Leute nicht gehört haben Geh weit weg, hört mal was Also ich schrei jetzt schon ins Mikrofon Okay Hört ihr mich jetzt? Jetzt besser oder immer noch schlecht? Okay Ja, ich schreib mal, dass wir ein LKW gefunden haben, den wir mal probieren wollen, weil wir das noch nie hingekriegt haben Das ist ja auch krass, ey, die Leute sehen auch ganz schön gut bewaffnet aus, hier mit einer M4 Im Helm Könnt ich jetzt so gemein sein, einfach zu dem Auto hingehen und mir das Auto klauen? Ey, die haben uns das Benzin geklaut! Ja? Ja, die tanken gerade ihr Auto mit dem Benzin auf, was wir rausgeholt haben Schweine! Schweine! Okay, ne Zündkerze und ne Batterie brauchen wir anscheinend auch noch Aber ich glaube, ich könnte jetzt wirklich einfach zu dem LKW hingehen und versuchen wegzufahren, ne? Ja, könntest du probieren! Ja, ne, das wäre echt gemein, ey! Weil ich glaube, da bin ich auch sowieso sofort tot Ja, ne Zündkerze und ne Zündkerze Ah, da wird das klar abknallen, den ich mal Okay Hier haben wir uns jetzt abknallen Kannst du davon ausgehen? Nein zur Ja, mal guck mal, die haben doch alle schon ihre Waffen gezickt Nö, nur doch einer Ach, wie viele sind das jetzt eigentlich? Vier Stück Händen, händen zu sein da sind zwei im LKW und dann da zwei. Wir können ja auch einfach weitergehen. Wo wollt ihr denn hin? Äh... Jetzt haben sie den Kanister wieder abgelegt. Okay, er steht grad neben dir und lädt die Waffe nach. Also ich hab auf jeden Fall schon mal meine Tasse gedrückt, falls der dich jetzt von hinten erschießen sollte, dass ich den wenigstens auch noch erwis... Ne, die können da fahren. Ich glaube, der passt noch nicht in den LKW mit rein, oder? Doch, die wollen uns mitnehmen. Das ist wenn ich richtig fett, ja. Das ist cool, ja. Wie kommen wir denn da... Ah! Ja! Ich sitze auf dem LKW hinten drauf. Mhm. Wir sollen mal in den TS kommen. Äh, na wir haben schon unseren eigenen TS. Das ist schlecht. Test, 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 test. Ja, ich hör da wen. Ja, weiter so. Hallo? Hallo, hallo? Ich hör jemanden ziemlich laut. Und? Hört der uns jetzt sehr gut, oder? Könnt ihr mal auf Fahrzeugkanal umstellen? Was für'n Kanal? Ja. Äh, über den Punkt geht das. Über diesen Punkt? Achso, Tatsadour, Punkt. Achso, achso. Ah, alles klar, ja. Ah, jetzt, ich hab's auch. Ja, jetzt jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Hört ihr uns jetzt besser? Ja. Ich hab was gehört. Ja, gut, sehr gut. Juhuhu. Juhuhu. Juhu. 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 Eben. Juhu. 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 underway. Erer Springs mit 1,0,1, suppressed ich zu kommen. vorhin selber erst mal gefunden das macht er immer und ein Plan die Sorte davon standen der Teil an die und dort ist noch eine Art Anwärmung ja wir haben jeder ist der gleiche damit müssen wir es so und auch es geht es Geil, das erste Mal. Wuhu, jetzt geht los! Sehr geil, ich fahr jetzt zum ersten Mal tatsächlich mit in nem Auto. Ja, run in that truck. Hallo? Hallo? Ja, genau. Wir sind hier hochschluss im Sperre und dann bei der Ziehung steht dann der Eintritt. Geht vorbei. Du müsst vorher den Punkt drücken wollen. Ich verstehe euch, ganz schlecht. Der LKW ist ganz schön laut. Na dann gut, wenn der Truck genau... ... 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 Ich bin ja gerade im Teamspeak und suche danach. Enttellt oder beginnt mit? Ist ja egal. Ich finde das nicht. Hm, ist komisch. Zu viele Anfragen. Nächste Anfrage verfügbar in 61 Sekunden. Was? Okay. Okay, ich sitze noch auf dem LKW. Ja, und der fährt gerade irgendwo hin. Das läuft. Hallo? Ja, du kannst ihn ja mal sagen, dass ich nichts finde bis jetzt. Ja, Mist. Also, zu viele Anfragen. Nächste Anfrage verfügt man in 31 Sekunden. Die nutze ich jetzt mal ganz kurz zum Pinkeln gehen. Und um eine Vorhung Pause zu machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ist richtig. Hallo, bist du noch da?